Moin moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Unturned. Im letzten Part haben wir es geschafft eine Kiste hinzukriegen. Ähm, joa. Und es ist genau Mitternacht. Puh. Äh, da, 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 Skills. Oh, guck mal, wir können hier Craftsman weiter skillen. Skills. Sehr schön. Ähm. Ich würde sagen, ehrlich gesagt, wir fällen noch ein paar Bäume mehr. Ich darf nur die Kiste da nicht vergessen. Das machen wir aber mit Auto, damit wir ein bisschen Licht haben. Sehr gut gemacht, Auto. Ich höre keinen Zombie. Also, wenn einer kommt, erschrecke ich mich zu Tode. Hat mein Handy ge... blinkt? Wollte ich fragen. So. Wie war das jetzt? Ähm, aus wunden Frames mache ich... Eine Wundfoundation. Oh! Wir haben sogar schon eine Wundfoundation. Sehr schön. Die können wir jetzt auf dem Boden platzieren. Ja. Äh, und dann können wir uns da irgendwas bauen. Irgendein Haus oder so. Die Frage ist jetzt, wo machen wir das Ganze? Warte. Erstmal... Äh. Ich springe wieder aufs Auto rauf. Nur, um sicher zu sein. Okay. Okay, bei dem Kreuz sind wir mal, schätze ich mal. Ja, beim Kreuz sind wir. Das heißt, wir müssten die... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich bauen will. Ich hab mir noch nicht angeguckt, äh, was hier jetzt großartig gut ist. Aber ich glaube... Ich würd's euch jetzt gerne mit dem Finger zeigen, aber das würdet ihr nicht sehen. Unten rechts auf der Map. Fahren wir doch direkt mal hin. Wie muss ich denn da fahren? Einfach nur dem Weg in die Richtung folgen. Die Richtung. Ich bin irgendwo gegen gefahren. Ich hab's nicht gesehen, ich hab kein Rücklicht. So. Die Richtung. Brum, 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 brum. Oh, wir haben schon wieder extrem Durst und wir sind verstrahlt. Aber ja, ist ja klar, dass wir verstrahlt sind. Ich wurde ja getroffen. So. Hallo. Wo? Alter. Die Legs sind böse, wenn ich am Steuern bin. Oh. Muss ich da abbiegen? Nein. Einfach nur nein, Zombie. Ja, ich muss hier abbiegen. Wir müssen langsam was trinken und Tabletten einnehmen. Gegen unsere Verstrahlung. Und so weiter und so fort. Hallo. 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 Wer erkannt hat, was das ungefähr darstellen soll, äh, Daumen hoch. Also, nein, schreibt's in die Kommentare, mein ich. Hier war der Golfplatz. Möchte ich auf einem Golfplatz leben? Ist hier echt nur dieser Drecks-Golfplatz? Das ist eine Leuchtung. Die Frage ist jetzt, verfolgen wir uns Zombies? Ich seh' keine. Ich seh' keine. Hm. Hat doch Vorteile. So, und hier müssen wir ungefähr am Strand sein. Ja. Okay. Ja. Leben wir hier. Haben einen Leuchtturm. So. Und Foundation Equip. Sieht sogar relativ eben aus. So, ja. Damit haben wir jetzt hier. Und so. So. Locks. Zack, zack. Orts. Craft, 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 craft. So. One Plate. One Frame. One Frame. Und so. Eine weitere One Foundation. Denn ich hab schon ungefähr einen... Oh Gott. Soll ich... Wie soll ich das denn jetzt abschätzen? Ohne Spaß. Was? Geht das auch mal kaputt? War ja klar, dass ich das wieder falsch anbaute, ey. Ach, leck mich. Hab ich was zu trinken? Nein. Scheiße. Hab ich was? Doch, ich hab Energy Drink. Und hab ich was gegen die Radioaktivität? Nein. Scheiße. Äh, wir müssen da woanders bauen. Was ist doof hier? Na, erstmal fällen wir ein paar Bäumchen. Wir brauchen jetzt ganz viel Holz. So. Stick, stick. Lock, lock. Lock. Stick. 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 Wir könnten natürlich eigentlich auch auf dem Meer leben, ne? Einfach nur einen Weg dahin. Den wir dann mit Maudou fahren können. Aber nee. Was droppen denn so wenig Locks, ey? Das gibt's ja nicht. Das ist nicht freundlich von dir, Spiel. Das macht mich ganz traurig. So. Lock, lock. Stick. Stick, stick, lock. Stick. Ja. Es kann sich jetzt nur auch um Stunden handeln. Ich hab auch schon so einen halbwegs, äh, halbwegs Plan im Kopf. Ich wollte natürlich sagen, ich habe schon halbwegs einen Plan im Kopf, wie mein Haus denn aussehen soll. So, das müsste dann an Holz, glaub ich, fürs Erste so ein bisschen reichen. Wir fahren dann zurück zur Stadt. Ich suche eben trinken und, äh, in der, äh, Apotheke... Ich weiß nicht. Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie mein Haus denn das ist ja, aber ich kann sich nicht mehrakuieren. Und ich weiß nicht. cannot lift mama abwäschen aber mein arm gut schnell zurückfahren denn unser durst steigt wieder nein wirklich gut um übrigens um rechts in der ecke warte mal das müsste da sein ist im moment das war spiegel verkehrt also ist doch da ist shadowplay bevor sich irgendjemand fragt was ist das kann man das essen nein kann man nicht nur als antwort ich fahre heute auch überall gegen nein mein schönes auto das reicht noch gewerk ich muss zurück in die stadt kommen mit dem teil guck mal da lässt die hände vom steuer das hier war nicht meine stadt scheiße ich bin falsch gefahren komm baby du überlebst das noch komm schon ich möchte nicht mehr mit dem auto fahren geh weg geh weg geh weg ich hätte da lang gemusst gleich sieht man einfach nur boom die sonne geht doch auf oder ja ich wollte schon sagen dass die schon wieder untergeht kann ja gar nicht sein meine güte ich muss da irgendwo hin ja ich muss oh gott nee hä äh wo ist norden geht denn die sonne auf muss das nicht links sein ich weiß wo ich bin ich renne einfach mal weiter und sehe dann wo das kreuz ist vielleicht weiß ich dann ungefähr wo ich hier lang muss Alles Leben ist scheiße ohne auto ja ich laufe richtig Sao So so müsste doch eigentlich essen und trinken befriedigen Tut so auf wie nice Ah, sehr schön. Dann brauche ich mich ja gar nicht beschweren. Wir haben es fast geschafft, meine Freunde. Da ist es. Ja, und irgendwo hier müsste auch unsere Kiste sein. Irgendwo da vorne. Irgendwo da. Da. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich ein neues Auto finde. Und ich möchte irgendwo... Mein Arm juckt irgendwie voll. Nein, das liegt nicht daran, dass ich mich nicht wasche oder sowas. Auch wenn ich Gamer bin, ich gehe täglich duschen, danke. Ähm, nee, es liegt daran, äh... Es ist Sommer. Nö, Sommer, Sommer. Nee, äh... Oh. Äh, es liegt ganz einfach an der Tatsache, dass mich irgendwelche Viecher immer beißen. Nein. So, in den Steinen würde ich gerne abbauen. Habe ich eine Spitzhacke? Nee, die habe ich, glaube ich, weggelegt. Ob ich hier oben bauen kann? Das ist heute ziemlich nice. Oh, nee, das ist zu uneben. Das wäre voll geil. Ja, wobei, hier wird es besser. Pink Berries. doch hier baue ich habe zwar keine ahnung mehr wie das ging aber nein ich muss einfach nur das da zu verarbeiten das dazu so haben wir dich da rein dann euch dem da und die hier 1 2 3 4 ja genau das soll er machen zack mal das pisst mich an dass ich nicht perfekt sehe wenn es dran gestackt ist das problem ist es könnte nachher sonst nerven mit den wänden i hate this game so damit haben wir jetzt schon mal eine holzplattform kann ich den busch irgendwie abbauen nein gut dann wird hier mein auto immer parken die ganzen anderen crafting rezepte habe ich vergessen eigentlich voll unlogisch dass ich durch blaubeeren drogen trip bekommen aber hey logik entspielen ist nie vorhanden merkt euch das meine lieben kinder dankeschön ich muss mich mal wieder ordentlich hinsetzen hier so ich brauche was gegen mein durst und gegen meine radioaktivität und was womit ich mein leben regenerieren kann das müsste die apotheke sein norm 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 es bringt aber nicht viel leider das hat so gut wie gar nichts gebracht nein bringt keine radioaktivität weg ich habe ehrlich gesagt keine ahnung wie man scheiße auto repariert das ist unvorteilhaft ich sag mal einfach ein neues grün das was heilig herum steht da steht ja kein da steht ein blaues aber wenn man blaue autos und die war leer okay ich werde jetzt einfach mal die zombies da töten gehen weil ich es kann vielleicht finde ich ja hier irgendwas schönes an loot nein das sind bolts die könnte ich jetzt eigentlich mitnehmen hey da sind noch mehr die brauchen wir nämlich auch zum craften und ich glaube die folge ist schon wieder vorbei mensch das geht immer so fix hier dann haben wir noch ein board können wir euch kaputt machen nein dann haben wir einen stick und dann werden wir hier einfach mal die folge hier kommen nämlich schnell ins wasser fliehen und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss